Eskalation Was machen die mit ihr? Das würde ich auch gerne mal wissen, ja. Ich schau mir das her. Hey Mr. Thompson, Sir, ich habe wie verlangt die gesamte Batteriesicherung ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht. Äh, letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherung nur für den Sip von allein. Ich kann nicht. Oh Gott, oh Gott, er passiert irgendwas, was? Aaaaaah! Hier geht irgendwas Merkwürdiges vor sich. Kann man hier irgendwie den Film abspielen? Hm. Aha. Nun, das ist jetzt ein bisschen eine an. Sieht interessant aus, ob du siehst auf jeden Fall die Elisabeth. Na ja, das geht noch eine Weile. So weiter. Wir beobachten sie. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elisabeth wird diese Saat aussehen, nicht dich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elisabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Erde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Okay, also es bedeutet, ähm... Okay, also es ist ein kleines Raum, da müssen wir hin. Es ist sie. Es stöpst, 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 stöpst. Ich will die Tätigung. Ich scheine traurig zu sein. Oh ja, da hast du wohl recht. Ich kann nur mal hier hoch. Dieser Job wird immer mieser. Da hast du wohl recht. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Es ist ein kleiner Teil von der Tür. Es ist ein kleiner Teil von der Tür. Schauen sie mal wieder an drinne hier. Kennt ihr, lernt ihr die so kennen? Ja, macht er. Hörst du jetzt aus? Hier sind sie. Mein Name ist der Freund. Ich bin dein Freund. Ich soll dich hier raus holen. Geben Sie weg! Nee. Ich will nicht. Sind Sie weg? Nee. Seh mich echt sogar. Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch. Ich zieh mich grad an. Ich kann dich hier raus bringen. Man kommt hier nicht raus. Glauben Sie mir, ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht! Wie bist du damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll? Wie ist das hier? Schnell, schnell, schnell. So kommen wir raus. Kommen Sie, hier lang. Kommen Sie, hier lang. Passt auf, dass ich nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Wo sind Sie? Was wollen Sie hier? Was wollen Sie hier? Hm? Hier lang, kommen Sie! Ich glaube dieser komische Teddy oder so. Warte! Warte! Schnell! Hol den Aufzug! Wieso? Warte! Warte den Knopf! Was ist denn hier los? Haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Weil du was besonderes bist. Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt! Da lang! Wir müssen weiter! Wir müssen das Gebäude auseinander! Sei vorsichtig, Elisabeth! Woher kennen Sie meinen Namen? Nicht jetzt! Hier oben ist eine Tür! Wie ist denn die vor mich gekommen? Weg da, lass mich mal! Wohin? Auf! Das Vieh scheint brutal zu sehen! Jetzt fahren wir Skyline! Hallo! Das Vieh will mich jetzt wohl zerlegen. Ja, das will mich töten. Ach du Scheiße, was ist denn das? Was für viel? Sehr gut. Überlebt kein Mensch normalerweise. Ich glaube, dass so ein Stürz ist jetzt gerade sehr normalerweise. Okay. Ich bin schon wieder. Öffnen wir da mal die Tür, ja. Anna? Anna? Nee, ich heiß Philipp. Und bin nur okay Mädchen. Wer soll ja alles erzählen, was sie hören will. Aber das ist doch unfair. Nee, die rettet den ja. Sieht die schön aus im Licht. Anna? 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 Elisabeth. Ich streng mal kurz den Schluck. Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Sie wären fast ertrunken. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Okay. Bin gleich wieder fit. Hören Sie das? Das ist Musik. Genau, ich muss... Ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. Durrett. Ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang. Was ist das? Ich bleib nicht lang. Da oben sind es Möbel. Wo ist sie? Wo bin ich? Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Blauer Rock? Nein. Aber ich bin so hoch als dein Geist. Du bist so nett. Ja. 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 Ich bin so beschleunig. Ja. 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 Ha ha ha, wer nicht, Bruder? Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen.